Ich werde hier übrigens das Zitatrecht in Anspruch nehmen, das bedeutet, dass ich dieses Werk von ihm nehmen kann, weil ich daraus ein eigenes Video mache, aus diesem Werk will ich es nur als Anlage zeigen, damit man sieht, wovon ich spreche und das ist lediglich ein kleines Zitat oder ein kleiner Ausschnitt seinerseits, um einmal ein kreatives Werk zu vervollständigen, also dieses Video hier. Also berufe ich mich ganz normal auf das Zitatrecht. Doch, einmal zum Thema, dass Gammel NF Lettet ist, er hat sich gerade im CWB Stream einfach selber gebastelt. Wir sehen jetzt hier oben keine Klicks, also ein Klick und danach keine Klicks mehr. Marcel, wie machst du das bitte, dass die Klicks nicht angezeigt werden? Das ist leider gebastelt, die Klicks sind nicht angezeigt worden, jetzt wenn du hier im Kampf gleich bist, wenn du jetzt gleich klickst, werden die Klicks ganz normal wieder angezeigt und deine Klicks wurden hier einfach gerade nicht angezeigt. Erklär mir mal bitte, wie man das mit gedrückt halten machen will, weil du hattest null Klicks währenddessen. Ich spüre noch einmal kurz zurück, zu der Stelle, wenn es gehen würde. So, da sehen wir, er hatte ein Klick und jetzt gar keine mehr. Die ganze Zeit null Klicks, die Klicks werden von ihm nicht angezeigt. Du sagst ja selber von dir, du wärst lediglich und naja, du hast dich damit gerade im Stream ja wohl selber gebastelt. Gut, soviel zum Thema, dass du lediglich bist. Ich glaub, jetzt kann auch jeder, jetzt weiß jeder, dass du hackst und nicht lediglich bist. Dann sehen wir nächsten Mal.